DUNGEON DEFENDER 2 DUNGEON DEFENDER 2 Und hier machen wir am besten... Ich gucke hier dicht. Irgendwie so. Dann einmal Anti-Air. Ich glaube, da muss ich später gucken, weil ich weiß gar nicht, woher die kommen. Eventuell. Erstmal Frostbite. So. So. Okay. Ja, das ist gut abgedeckt. Dann hier. Aber es geht wieder schief mit dem in der Ecke. Garantiert. So, ist okay. Da hab ich, da hab ich. Da hab ich, da hab ich, da hab ich. Okay. Also. Oh, ich hab sogar richtig viel DU frei. Das ist gut. Oh, guck mal, hab ich das Leben an von den Dingern. Endlich. Endlich. Ich hab sogar richtig viel DU. Okay, vielleicht. Vier erstmal pro Lane. Mh. Oh, hab ich schon das Ding nicht geboostet? Scheiße, ich glaub nicht. Äh. Naja, einen. Schon okay. Passt schon. 96. Ach so, hat sich gar nicht geändert. Okay. Eins, zwei, drei. Vier. Da fehlt noch. So. So. Ich hab jetzt sogar noch genug für noch einen. Dann aber lass mal nix im Zufall hier. So. Ich glaube, wir werden noch Anti-Air benötigen. Deswegen lass ich's, glaub ich, erstmal so. Und wir starten in die erste Runde. Mal gucken. Mal gucken. Nein. Au. Hä? Ah, ist das okay? Über ich geizt meine Tower. Aha, da kommen also doch Anti-Air. Gut, dann müssen wir Anti-Airen. So, geschwind. Ganz geschwind. Oh. Verpest dich, Batsi. So, schnappen wir uns das alles hier. Und dann noch ein Anti-Air. Hallo, wie viel kostet der? 50. Okay. So, hopp. So, schnappen wir uns das hier. Mhm, mhm, mhm. Okay. Astrowave complete. Schön. Okay. Okay. Als allererstes auf jeden Fall die Wände. Was kommt hier? Ein Skelett-Boss. Gut. New Lane. Da hinten kommen Flieger. Dann. Gut, aber das Ding ist ja gar nicht mal so klein mit der Range. Ist okay. So. Perfekt. Also. Als allererstes kommen glaube ich mal die Anti-Airs ein. Upgrade. Dann alle Wände. Du hast... Hast du schon? Du hast auch schon. Gut, dann. Und zack, zack. Perfekt. Und weiter geht's. Verschwinde. Hey, was war das denn, bitteschön? Das ist nicht nett. So, da kommt mein Boss. Okay. Der hat viel Leben. Nicht cool. Au. Und der macht ordentlich... Aua. Was soll'n' das? Tion? Ah. Okay Au, fuck Nicht gut, Beilung Beilung, Beilung, Beilung Ich muss operieren Komm schon Gut Aha Okay Okay So, drei von fünf Und wo jetzt? Ist doch egal Ist ja wurscht Kriegen wir Ah, hier Okay Gut Das heißt Minus Oh Gott Ich habe gar kein DPS mehr Und du Hast einfach nur kein DPS Aber es ist mir wurscht Hauptsache, du hältst So Ähm Kiste Eins zu Hier Auch Hopp Habe ich hier? Habe ich So, dann Die Wände an den Seiten Und go Ding geht's gut Shit Wupp, wupp, wupp Flieger Schnelle Flieger Huf Oh Das habe ich vergessen Das gibt's ja auch noch Geht Down Okay Wenn Upgraden Ich mit dir Okay Alles gut Ja, nein Genau So Puh Jetzt hat nur die Frage Wie zum Teufel kriegen wir Betsy am besten Platz Mhm Gut Ich glaube Jetzt stecke ich auf jeden Fall Ah Na, okay Die zwei müssen Ähm Upgrades In die Wände Aha Wenn du gekürst bist Ist es mal egal Upgrade Upgrade Liegt auch ein bisschen was Aha Perfekt Dann Und Low Bist du besser Ja, okay Flieger Massenweise Oh Gott Komm schon Ähm Ähm Wo Es sind viele Ähm Weg Weg, 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 weg Okay Okay Stop Stop Night Okay Okay Jetzt Komm schon Komm schon Verdammt Gar nicht schnell genug Ja Ja Jep 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 Verkaufen verkaufen, die nicht hingehören. Okay. Hier kommt jetzt gar nichts mehr zum Glück. Aus den beiden Lanes. Du stehst noch zum Glück. Ihr steht auch noch. Du stehst noch. Okay. So, Bad Sea, Schützelein. Keine Ahnung, wie ich da am Cleversten irgendwie machen soll. Was kommt da? Ein Seedroller, jawoll! Ich glaube, es hackt. Unfassbar. Aha. Okay. Okay, ähm. Die zwei noch. Oh ne, hier sind auch zwei, okay. Kann ich denn hier... Äh... So was hinstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Auch nicht so ganz sneaky. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Wir werden sehen. Wir gucken mal. Der schießt gar nicht. Na gut. Ah, wow! Der schießt überhaupt gar nicht. Okay. Komm schon. Steh wieder auf. Mist. Okay, der ist kacke. Nein, nein, nein. Nicht reparieren, sondern... Z-B-Pferd-Zaufen. Jetzt gerne mal zurückkommen. Komm schon, Betsy. Wo bist du hin? Olle Kuh. See-Troller. Toll. Betsy kommt so... Natürlich kommt sie zu. Mmh. Ah, Outschie. Nur einer, Janis. Komm schon. No. Ah. So, Betsy, baby. Jetzt kommt noch zurück. Keine Zeit für so'n Scheiß. Scheiß. Ah, bậy lung, bậy lung, bậy lung. Geh drauf. Misty. Ah. Ah. Komm schon, schießt. Nein. Ah. Damn it. Ah. Ne, ich schubsen. Dupe Kuh. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Oh oh, Beilung, Beilung, Beilung. Na, 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 komm, 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 komm. Respawn. 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 Alter. Ah, jetzt ist sie schon wieder weg. Ah je, je, je. Weg, weg. So, kriegen wir noch schnell einen Upgrade hin. Komm wieder her. Dankeschön. Nope. Oh nein, oh, nicht schon wieder. Scheiße. Oh nein, das andere Ei. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und cool. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh nein, ich sollte echt auf Fernangriff bleiben. Das ist, glaube ich, besser für alle Menschen, wenn die sie in diesem Spiel. So. Ja, fährt er ruhig auf mich. Bin ja nur ich. Du bist ganz gut dabei. So, der andere Flieger. Ah, kein Kampfbleiben. Nope, 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 nope. Get down. Yes. Puh. Schwere Geburt. Aber sie liegt. Die Wetzi. Puh. Meine Güte. Erster Boss down. Ganz genau. Der Bogen. Der Bogen. Schön, schön, schön. Für jeden was dabei. Und eine hübsche Kiste. Yay. So, die ersten Eier kriegen wir jetzt. Endlich. Ja. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt mal... After defeating the Wyvern Queen, a Dragonfall Airship has followed a May Day signal and comes to their aid. When the precious cargo and its keepers are safely on board, they set off to connect with the crystal caravan again. Once they are in the air, the apprentice experiences a painfully urgent vision. An ancient being calls to him and the apprentice redirects the blue place of forgotten wounds. The airship drops them off and leaves to bring the sprites and their cargo to safety. Okay. Jetzt habe ich Ihnen einen Soundregler für das In-Game-Voice. Das ist ja echt ein bisschen blöd. So, zur Taverne. Wir wollen uns dann mal ganz kurz das Pet angucken, damit wir schon mal ein Pet ausrüsten können. Pets sind wichtig. Wir geben extra Boost. So, als allererstes ausbrüten gehen. Hallo? Ach, Hedri. So, ähm. Inkele Drache. Zack. Hedge. Yay, ein kleiner niedlicher Hedgeling. So, ist er hier. Ähm. Ability Power und Hero Crit Damage. Ist okay. Zack. Sehr schön. Äh, genau. Füttern müssen wir das Ding auch noch. Äh, Power Up. Natürlich nicht die Sachen, sondern wir müssen jetzt kaufen, weil wir das natürlich eigentlich nicht hätten, so ganz am Anfang. Deswegen, ähm. Wo steht mein Geld unten? Ist okay. Oh Gott. Mhm. Mist. Gut. Da kann man nicht viel machen. Hihi. So. So, die Items. Schon wieder? Warum gibt's mal nur dieses eine? Und die find's Crit Damage? Äh. So. So. Bogen. Bogen. Betsy Bogen. Betsy Bogen. Zack. Das direkt weg. Bogen. 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 So, gibt es ein besseres Totem? 792. Eindeutig. 823, sehr schön. Okay, 791. Weniger Speed, wieder mehr Leben. Sky Guard. Das war... Ja. Mehr haben wir noch gar nicht, ne? Mhm. Gut, 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 gut. 791, das kann... Ne, muss nicht. Besseres Speed, oder... So besser? Ja. Okay. Soweit, so gut. Ach genau, in den... Leben und Power, klingt gut. Bum. Okay, ich finde es Power ist halt einfach nicht wichtig, aber Leben ist gut. War Speed wichtig? Warte mal, wieso ist es wichtig nicht, aber... Speed geht sogar, okay. Halt, stopp. Crit Damage. Speed Power. Oh, gibt es ja noch ein ganz altes Ding. Mein Gott. Speed, 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 Speed. Ja. Das ist gut. Dann kannst du auch weg. Tschüss. So. Jetzt haben wir noch einen Drenching Strike. Drenching Strike. Ah, Wurmsgaff habe ich schon. Drenching Strikes. Ja gut. Das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Drum рав ist es ein kanzlei sandший ist ein. Tschüssi.